Die Top 6 Produkte, Atmos Lautsprecher im Vergleich Ich bin begeistert von der Bose Smart Soundbar 600 mit Dolby Atmos und Alexa. Die Bluetooth-Verbindung ist reibungslos und die Soundqualität ist unglaublich. Ich kann problemlos Musik in hoher Qualität streamen und Filme mit professionellem Raumklang genießen. Besonders beeindruckend ist die Echo Dot Funktion, die es mir ermöglicht, die Soundbar per Sprachsteuerung zu bedienen. Das schicke und moderne Design der Soundbar fügt sich nahtlos in mein Wohnzimmer ein. Alles in allem ein tolles Produkt, bei dem sich der Kauf wirklich lohnt. Ich habe mir die Bose Smart Soundbar 900 zugelegt und bin bisher sehr zufrieden. Die Dolby Atmos Technologie sorgt für einen klaren und immer sieben Sound, der durch die hohe Verarbeitungsqualität der Soundbar noch verstärkt wird. Besonders praktisch finde ich die Alexa-Sprachsteuerung, mit der ich die Soundbar ganz einfach über mein Echo-Gerät bedienen kann. Auch das elegante und schlichte Design der Soundbar fügt sich perfekt in mein Wohnzimmer ein. Insgesamt eine klare Kaufempfehlung für alle, die auf der Suche nach zuverlässigem und hochwertigem Sound sind. Ich habe die Bose Smart Soundbar 900 in Weiß für mein Wohnzimmer gekauft und bin absolut begeistert. Die Dolby Atmos Technologie und die Alexa-Sprachsteuerung machen das Abspielen von Musik, Filmen und Videospielen zu einem unvergesslichen Erlebnis. Das Design ist modern und passt perfekt zu meiner Einrichtung. Die Einrichtung war auch sehr einfach und schnell erledigt. Der Klang ist klar und kräftig und füllt den Raum perfekt aus. Ich würde diese Soundbar auf jeden Fall jedem empfehlen, der auf der Suche nach einer hochwertigen und funktionsreichen Soundbar ist. Ich habe die Hisense AX 2106 G 2.1 Kanal Soundbar mit integriertem Subwoofer gekauft und bin mehr als zufrieden. Die Soundbar bietet eine fantastische Klangqualität mit klaren Höhen und tiefen Bessen dank Dolby Atmos und die TS Virtual X außerdem ist das Gerät sehr einfach zu bedienen, dank Bluetooth 5.0, HDMI EARC, USB, optischen und koaxialen Eingängen. Mit dem Equalizer kann man den Klang zusätzlich anpassen. Die Möglichkeit zur Wandmontage in schwarz ist ein weiteres Plus. Ich kann die Hisense AX 2106 G Soundbar jedem empfehlen, der eine Heimkino-Qualität zum vernünftigen Preis sucht. Ich habe kürzlich den JBL Bar 500 Soundbar gekauft und bin extrem zufrieden damit. Der Klang ist unglaublich klar und kräftig, insbesondere mit dem Subwoofer und dem Dolby Atmos Surround Sound. Die Installation war auch super einfach und ich konnte es schnell über Bluetooth mit meinem TV verbinden. Ich liebe auch das kompakte Design und die einfache Bedienung, insbesondere mit der beiliegenden Fernbedienung. Ich kann es jedem empfehlen, der ein großartiges Heimkino-Soundsystem will. Ich bin unglaublich beeindruckt von Bang und Olufsen Beose und Stage Soundbar. Der Sound ist einfach unglaublich. Als passionierter Film- und Musikliebhaber habe ich endlich meinen perfekten Partner gefunden. Die Dolby Atmos Funktion ist unglaublich und macht das theatralische Erlebnis einfach unglaublich. Die Verbindung zwischen meinem TV-Gerät und der Soundbar ist nahtlos und einfach. Auch das WiFi und Bluetooth-Konnektivität funktionieren ohne Probleme. Die Aluminium- und Schwarzoptik fügt sich perfekt in meine Einrichtung ein. Ich kann Bang und Olufsen Beose und Stage nur empfehlen. Es ist das perfekte Produkt in jeder Hinsicht. Wir sehen uns im nächsten Video.